Yo Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Freunde, nach einiger Zeit gibt es endlich mal wieder ein Deck-Profile auf meinem Kanal zu sehen. Und zwar heute das Paleozoic Frog Deck-Profile, wie ich es bereits auf meiner Bandits-Reaction angekündigt habe, nachdem ich herausgefunden habe, dass Totally Awesome endlich wieder zurück auf 3 gekommen ist. Ich habe jetzt schon länger keine Deck-Profiles oder Meta-Content generell gemacht. Paleo als Meta zu bezeichnen ist auch wild auf jeden Fall. Aber ich habe generell länger kein Competitive-Content gemacht, aus mehreren Gründen. Nämlich erstens fühle ich es einfach mehr, Unterhaltungsvideos zu machen. Und zweitens habe ich in den letzten Monaten nicht wirklich viel Competitive Yu-Gi-Oh! gespielt. Ich könnte also euch wahrscheinlich nicht viel mehr sagen oder ich hätte euch nicht viel mehr sagen können, als das, was ihr sowieso wisst, wenn ihr gelegentlich mal Dueling-Book spielt oder so. Da ich mir aber dahingehend vorgenommen habe, wieder etwas aktiver zu werden, könnte es durchaus sein, dass demnächst wieder mehr Deck-Profiles oder Meta-bezogene Videos generell kommen. Lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt, ob ihr sowas gerne sehen möchtet. Heute geht es, wie gesagt, um Paleozoic-Freunde. Eines meiner absoluten Lieblings-Decks, welches jetzt da Toad endlich wieder auf 3 ist, auch wieder halbwegs spielbar ist und welches tatsächlich auch ein halbwegs gutes Match-Up gegen die meisten Meta-Decks hat, da die größte Bedrohung aktuell True King of All Calamities ist, welcher diesem Deck wirklich eigentlich so gut wie gar nichts anhaben kann. Auch durch das gute Grind-Game, welches dadurch, dass Toad wieder auf 3 zurückgekommen ist, nochmal stark verbessert wurde, kann man gegen einige andere Control-Decks wie Zoodiak oder Eldlich und so weiter und so fort durchaus mithalten. Dieses Deck gehört also nicht unbedingt zu den Top-Meta-Decks, ist aber eine solide Option für jeden, der nicht eines der Top-Meta-Decks spielen möchte, aus welchen Gründen auch immer. In dem Sinne, Freunde, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Okay, Freunde, ich würde sagen, starten wir mit dem Deck-Profile und als erstes haben wir, wie ihr natürlich bereits sehen könnt, dreimal den guten Austausch-Frosch. Freunde, diese Karte ist halt einfach der Starter schlechthin in diesem Deck, ihr wollt ihn immer sehen, um Frösche von eurem Deck auf den Friedhof zu senden. Übrigens nur die Ultra-Rares, auch wenn es unter dem Licht vielleicht ein bisschen wie die Ultis aussieht, aber so reich hat mich YouTube dann doch noch nicht gemacht, okay? Hallo, ich mag Moneten. Als nächstes haben wir dreimal den Täuschungs-Frosch, der euch selbstverständlich Frösche sucht, falls er auf den Friedhof gelegt wird, auch wenn er des Öfteren mal das Timing misst. Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Und zu guter Letzt selbstverständlich zweimal Ronin-Kröte oder wie ein guter Freund sagen würde, Röninkröte. Kuss geht auf jeden Fall raus. Diese acht Monster sind absolut Standard in jedem Palio-Frog-Deck, ihr werdet das in jedem Deck-Profile sehen, deswegen gibt es da auch nicht viel mehr zu zu sagen. Allerdings spielen wir noch zweimal den Absolute King-Backjack, der eine ganz solide Normal-Summon für das Deck ist, denn falls er auf den Friedhof gelegt wird, könnt ihr euch die obersten drei Karten eures Decks anschauen und sie in einer beliebigen Reihenfolge zurücklegen und außerdem könnt ihr ihn als Quick-Effekt im Zug des Gegners verbannen, vom Friedhof natürlich, um euch dann die oberste Karte eures Decks anzugucken und sollte es eine normale Falle sein, dürft ihr sie aufs Feld setzen und sie auch noch im selben Zug aktivieren. Es ist also eine Art Mini-Trap-Trick. Was ihr also mit ihm macht, ist, ihr normelt ihn einfach, geht dann mit ihm auf Linko-Ribo, schaut euch die obersten drei Karten eures Decks an, wählt dann die normale Fallenkarte, die ihr gerne haben wollt, legt sie auf euer Deck und die Wahrscheinlichkeit, eine normale Falle mit diesem Typen hier auszugraben, ist relativ hoch, angesichts der Tatsache, dass wir 27 davon spielen und dann im Zug des Gegners verbannt ihr ihn halt einfach, um die Karte zu setten und auch im selben Zug noch zu benutzen. Andernfalls könnt ihr ihn auch einfach als Discard-Forder benutzen und dann trotzdem seinen Effekt aktivieren. Das letzte Monster, was wir abgesehen davon noch spielen, ist zweimal Ash Blossom, weil irgendwas an Hand Traps müssen wir ja spielen und Ash Blossom, habe ich gehört, soll ganz okay sein. Kommen wir also zu den Spells, Freunde, und da spielen wir eine ganze Zauberkarte und zwar Scapegoat. Das ist die einzige Zauberkarte, die ihr wirklich braucht und wenn wir ehrlich sind, Freunde, Scapegoat ist doch eigentlich eher eine Falle als alles andere. Ich meine, ihr settet die Karte und benutzt sie dann im Zug des Gegners, um vier Token zu beschwören und Link-Plays zu machen, Freunde. Das einzige, was daran nervt, ist, dass ihr im selben Zug nicht den Effekt von Totally Awesome benutzen könnt, um einen Frosch vom Deck zu beschwören oder die Effekte der Palios, um sich selbst vom Friedhof zu beschwören, aber es kommt sich relativ selten in die Quere und Scapegoat ist so einfach, in dieses Deck zu integrieren. Ich meine, man settet sowieso so gut wie immer einfach vier bis fünf Karten. Dann kann man auch einfach Scapegoat dazu setzen, okay? Und Extra Deck Platz ist da, denn das, was man wirklich braucht, ist Totally Awesome und sonst so gut wie nichts. Das bedeutet, man hat einiges an Platz im Extra Deck dafür. Machen wir also weiter mit den Fallen, Freunde, und da haben wir zuerst mal die ganzen Palios, sprich, wir haben dreimal den Dino-Mischschuss, dreimal den Kanadier und dreimal den Olenoides. Das hier ist der Karma-Kart, also der lässt euch eine Karte abwerfen, um was zu verbannen. Das ist Book of Moon und das ist MST. Ich spiele keinen Marella, also den, der Palios vom Deck oder generell Fallen vom Deck auf den Friedhof senden kann, einfach aus dem Grund, dass er an sich eigentlich ganz okay wäre als Starter, aber falls ihr bereits Palios habt oder Frösche habt oder Scapegoat habt oder sonst irgendwas in der Art, um eure Plays zu starten, ist er halt einfach minus eins. Ihr braucht ihn dann halt einfach nicht und deswegen habe ich lieber Karten, die tatsächlich Removal sind oder sonst in irgendeiner Form wenigstens irgendetwas machen und diese drei Palios reichen auf jeden Fall definitiv aus. Bei den weiteren Fallenkarten haben wir dann noch dreimal die Karte Trap Trick, die wahrscheinlich beste Karte im gesamten Deck, Freunde. Ihr könnt eine normale Falle vom Deck verbannen, um dann dieselbe Falle vom Deck zu setzen und ihr könnt sie im selben Zug noch aktivieren, dürft aber für den Rest des Zuges nur noch eine Fallenkarte aktivieren, was nicht wirklich eine große Bedingung für dieses Deck ist, wenn man es halbwegs ordentlich spielt. Und ihr könnt euch hiermit einfach quasi euer halbes Deck suchen, okay? Es ist absolut insane. Und alleine die Tatsache, dass diese Karte an sich zwei Fallenaktivierungen sind, da man ja Trap Trick aktiviert und dann höchstwahrscheinlich die Karte, die man gesetzt hat, das ist schon krass genug, denn das bedeutet, dass ihr mit Trap Trick alleine quasi zwei Fallen aktiviert und somit zwei Palios vom Friedhof zurückholen könnt, indem ihr sie dann darauf unchained und so habt ihr quasi direkt das Material für Totally Awesome. Also Trap Trick ist in jeder Hinsicht einfach nur krank für dieses Deck. Des Weiteren haben wir dreimal Ice Dragons Prison, was wahrscheinlich eines der besten Targets für Trap Trick ist, denn ihr könnt mit dieser Karte ein Monster im Friedhof des Gegners wählen und es auf eure eigene Spielfeldseite beschwören und dann könnt ihr, ihr müsst nicht, aber ihr könnt von jeder Feldseite ein Monster mit demselben Typen verbannen. Das bedeutet als Beispiel, ihr spielt gegen Zoodiak, euer Gegner hat Drydent auf dem Feld und ihr holt damit einen ungeheuer Krieger vom Friedhof zurück und könnt dann Drydent und das beschworene Monster verbannen. Andernfalls könnt ihr diese Karte aber auch einfach als Extender benutzen, um ein Monster vom Friedhof des Gegners auf eure eigene Feldseite zu beschwören. Oder um den Gegner in der Hinsicht zu interrumpten, dass falls er etwas vom Friedhof beschwören will, ihr ihm einfach sein Target klaut. Also diese Karte ist einfach so vielseitig einsetzbar und vor allem kann man die Karte so gut wie immer umdrehen. Das bedeutet, man kann auch, selbst falls man sie gerade nicht wirklich braucht, aber einfach ein Paleo vom Friedhof zurückholen möchte, die Karte einfach aktivieren, um ein Monster vom Friedhof des Gegners zu bekommen und dann noch ein Paleo vom Friedhof zu chainen. Manchmal ist es so, manchmal will man fallen, einfach nur aktivieren, um Paleos zurückzuholen. Des Weiteren haben wir noch die Falle reißender Tribut, Freunde. Und als Yu-Gi-Oh! Spieler erwärmt es einfach mein Herz zu sehen, das reißender Tribut, im Jahre 2021 immer noch in Metadecks beziehungsweise halbwegs relevanten Competitive Decks gespielt wird. Freunde, eine solche Oldschool-Karte einfach immer noch in der Meta zu sehen, ist einfach absolut crazy. TT ist aktuell eine der besten Fallen, die ihr spielen könnt, denn falls der Gegner ein Monster beschwört, oder generell ein Spieler ein Monster beschwört, werden alle Monster auf dem Feld zerstört. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum sollte man aktuell TT spielen? Die Sache ist einfach, dass aktuell nicht allzu viele Negation-Effekte rumlaufen. Das bedeutet also, der Gegner geht gerne auf True King of All Calamities oder sonst irgendetwas in der Art und wird keine Möglichkeit haben, das hier zu annullieren. Sollte er also zwei oder drei Monster beschwören und ihr zündet einfach ein TT, macht er einfach Plus, okay, und ihr werdet die Monster des Gegners los, die euch einfach nerven. Und speziell in Palio ist diese Karte umso besser, da ihr ja den Täuschungsfrosch spielt und solltet er auf den Friedhof gelegt werden, sucht er euch ja den Austauschfrosch. Das bedeutet also, ihr könnt den einfach setten und dazu den TT setten. Und sollte der Gegner zu viele Monster beschwören, dann sagt er einfach TT an, der wird zerstört und sucht euch dann auch noch den Austauschfrosch. Also, es ist wirklich gut. Außerdem ist die Karte mit Trap-Trick suchbar, auch wenn ich sie jetzt nicht unbedingt damit suchen würde. Denn wenn der Gegner weiß, dass ihr TT habt, dann wird er da wahrscheinlich drum rumspielen. Aber generell ist es einfach eine krasse Karte und es freut mich zu sehen, dass die Karte wieder an Relevanz gewonnen hat. Als nächstes, Freunde, haben wir noch dreimal die Karte Infinite Impermanence. Und hier bin ich mir wirklich etwas unsicher, denn eigentlich würde ich Impermanence durch irgendeine andere Handtrap ersetzen. Aktuell ist Impermanence wirklich gar nicht mal so stark und das ist schwer zu glauben, denn Impermanence war eigentlich fast immer eine der besten Handtraps. Aber aktuell sind einfach Karten wie beispielsweise Ash oder Gamma oder Artifact Lancia oder Didi Crow, Ghostbell, was auch immer. Eigentlich besser als Infinite Impermanence. Der Grund, warum ich diese Karte aber dennoch spiele, ist einfach, dass man sie mit Trap-Trick suchen kann und dieses Deck hier nicht wirklich viel Platz für Handtraps aufbietet. Das bedeutet, ihr bekommt hier mit Impermanence quasi eine Falle, die ihr genauso gut mit Trap-Trick setzen könnt, als auch eine Handtrap zum selben Preis quasi. Und deswegen ist es fast unverzichtbar, Impermanence in Palio zu spielen. Des Weiteren ist es relativ cool, dass ihr beispielsweise mit Trap-Trick die Zone, in die ihr Impermanence legt, aussuchen könnt. Das bedeutet, falls der Gegner irgendeine permanente Zauber- oder Fallenkarte hat, die ihr gerne annullieren möchtet, zumindest für Einzug, könnt ihr einfach mit Trap-Trick diese Karte in diese Zone legen und somit quasi zwei Sachen negieren. Das bedeutet also, die Karte hat tatsächlich ihren Nutzen, aber ich könnte es verstehen, falls man sie durch eine andere Handtrap ersetzen wollen würde. Dann, Freunde, haben wir noch einige Fallenkarten, die ich alle zweimal spiele, weil sie einfach etwas situationsbedingter sind, man sie sich aber trotzdem dann mit Trap-Trick suchen kann und sie damit ganz gute Optionen sind. Zunächst mal haben wir zweimal Lost Wind, was einfach einen Monster-Effekt negiert, zumindest den eines spezialbeschworenen Monsters und die ATK halbiert. Des Weiteren kann Lost Wind sich vom Friedhof setzen, falls ein Monster vom Extradick beschworen wird. Ist also eine wirklich gute Karte, da ihr sie mehrfach nutzen könnt und der Effekt vor allem auch permanent annulliert wird. Also auch, dass man die Karte im Damage-Step nutzen kann und so weiter. Es ist eine relativ gute Karte und es wäre durchaus denkbar, die Impermanence rauszunehmen und einen dritten Lost Wind zu spielen und dafür andere Handtraps zu spielen oder sonst irgendwas. Des Weiteren haben wir zweimal die Karte Dimensionsbarriere, welche einfach ein Metacall ist, wenn man so will. Denn aktuell gibt es sehr viele Decks, die Xyz-Monster spielen, beispielsweise Virtual World oder auch Zodiac. Es gibt Drytron, die Ritual-Monster spielen. Es gibt Dogmatica, Invoked, die Fusionsmonster spielen. Das bedeutet also, Dimensionsbarriere ist aktuell eine wirklich starke Karte gegen die meisten Metadecks. Und es gibt zwar ein paar Decks, die noch hauptsächlich auf Link-Monster setzen, allerdings sind sie bei weitem nicht mehr so verbreitet wie noch vor ein paar Monaten. Das bedeutet also, es gibt ein paar tote Matchups für Dimensionsbarriere und deswegen spielen wir sie auch nur zweimal und nicht dreimal, weil man sie ja immerhin mit Trap-Track suchen kann. Also muss man sie jetzt nicht dreimal spielen und damit das Risiko eingehen, sie in toten Matchups noch öfter zu ziehen. Aber grundsätzlich ist es eine sehr starke Karte gegen die meisten Decks. Und auch euch selbst interessiert es eigentlich nicht, wenn ihr Dimensionsbarriere aktiviert, selbst wenn ihr beispielsweise Xyz sagt und eine Toad auf dem Feld habt. Denn wenn ihr Dimensionsbarriere aktiviert, annulliert das nur die Effekte der Monster, die auf dem Feld liegen. Und man kann halt keine weiteren Xyz-Monster für diesen Zug beschwören, falls ihr Xyz called. Das Ding ist, wenn ihr bereits Toad auf dem Feld habt, dann könnt ihr einfach trotzdem den Effekt benutzen, um sie zu tributen und dann etwas zu annullieren, denn sie resolvent ja im Friedhof. Das bedeutet also, ihr Effekt wird da nicht annulliert, da Dimensionsbarriere, nur die Effekte auf dem Feld annulliert. Und des Weiteren haben wir noch die Karte Windsturm der Phönixflügel, Freunde. Und diese Karte, nicht nur, weil sie das Wort Phoenix im Namen hat, sondern auch wegen ihres Effektes, ist tatsächlich eine ziemlich gute Tag-Choice für dieses Deck. Und ich werde erklären, warum. Ihr werft eine Karte ab und wählt dann eine Karte, die der Gegner kontrolliert, und legt sie zurück auf sein Deck. Und das, Freunde, ist wirklich stark, auch wenn es sich erstmal anhört wie ein Minus 1. Der Punkt ist, dass ihr mit dieser Karte beispielsweise die Palios abwerfen könnt. Denn falls ihr Palios als Kosten abwerft, könnt ihr sie einfach auf den Effekt von Windsturm der Phönixflügel unchainen und sie dann einfach direkt beschwören. Das bedeutet also, die Kosten, die ihr hierfür abwerft, könnt ihr einfach sofort beschwören. Und selbst falls ihr keine Palios dafür auf der Hand habt, könnt ihr immer noch Backjack abwerfen, was ja ebenfalls gut ist, oder Ronin-Kröte oder sonst irgendwas. Man hat genug Discard-Forder in diesem Deck, um diese Karte effizient nutzen zu können. Der Grund, warum es bei Dino Mischos beispielsweise nicht funktioniert, ist halt einfach, weil er nicht für Kosten abwirft, was ja auch in den meisten Decks gut ist. Aber in diesem Deck ist es tatsächlich besser, für Kosten abzuwerfen, weil man so die Palios eben chainen kann. Und der Grund, warum Windsturm der Phönixflügel so gut ist, ist, weil es die Karte nicht zurück auf die Hand gibt oder zerstört, sondern auf das Deck des Gegners zurücklegt. Vor allem im Grind-Game ist das extrem stark, wenn ihr eine Karte, die den Gegner nicht wirklich weiterbringt, zurück auf sein Deck legt und er damit keinen guten Top-Deck mehr bekommt. Ihr aber schon, wenn ihr im nächsten Zug eine Karte zieht, das kann euch extrem weiterbringen. Außerdem kann man hiermit halt auch Zauber- und Fallenkarten auswählen und nicht nur Monster. Und da man bereits genug Monster-Removal hat, fand ich diese Karte einfach sehr passend. Kommen wir jetzt zum Extra-Deck, Freunde. Und im Extra-Deck, endlich, Freunde, endlich wieder ist es möglich, Freunde. Dreimal Totally Awesome. Oh mein Gott, Freunde, die müssen gerade liegen, okay? So viel Zeit muss sein. Freunde, ich verstehe absolut nicht, warum diese Karte jemals auf 1 gegangen ist oder warum man sie erst auf 2 gesetzt hat, anstatt sie einfach instant auf 3 zu setzen. Totally Awesome ist eine so krasse Karte. Aber eben nur für Palio. Also warum war die Karte jemals auf 3? Egal. Jedenfalls ist es so gut, dass diese Karte wieder zurück auf 3 gekommen ist, Freunde. Denn das Grind-Game von Palio wird dadurch einfach so viel besser, da ihr Totally Awesome nicht mit ihrem eigenen Effekt immer und immer wieder zurück ins Extra-Deck geben müsst, sondern einfach die 3 Toads benutzen könnt und eure anderen Wassermonster recyceln könnt, um so mehr Material zu haben. Abgesehen davon spielen wir natürlich noch die Palio-Exis-Monster, also Opabinia und Anomalokaris. Das hier ist ein Zodiac Dryden, den man aber nicht so oft beschwört, weil er halt 3 Materialien braucht. Opabinia ist tatsächlich ziemlich gut, denn solange er eine Falle als Material hat, könnt ihr euch einfach eine Palio-Falle suchen und ihr könnt sie von der Hand aktivieren, was sehr stark ist. Was ich durchaus öfters mal mache, ist, dass ich beispielsweise Totally Awesome und Opabinia beschwöre und dann mit Toad halt angreife, mit Opabinia irgendwas suche und dann einfach in der Main Phase 2 Zeus hier drauf lege. Das ist halt absolut krass, weil ihr müsst euch mal vorstellen, das hier ist ein Negate, damit könnt ihr euch was suchen, was dann höchstwahrscheinlich ein MST ist oder sonst irgendwas in der Art und dann legt ihr einfach noch das drauf. Ich meine Zeus, Freunde, Zeus ist halt einfach nur krank, okay? Ich meine, er kann einfach alles auf den Friedhof senden und das sogar mehrfach, okay? Also Zeus ist einfach absolut insane, okay? Zeus hat dieses Deck nochmal deutlich besser gemacht, generell alle Xyz-Decks nochmal deutlich besser gemacht und diese Karte ist auf jeden Fall ein Muss für jedes Palio-Deck, Freunde. Des Weiteren spielen wir noch einen ultimativen Falken, der ist halt einfach nur drin, weil man Waking the Dragon side-ed. Man kann natürlich auch Letzter Krieger eines anderen Planeten oder sonst irgendwas spielen, allerdings finde ich das nicht so stark, weil man den halt gewissermaßen negieren kann und den hier halt nicht. Kommen wir zu den Link-Monstern. Da haben wir einmal Link-Horibo und einmal Link-Spinne. Ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, aber ich habe keine Link-Spinne gefunden, okay? Die braucht ihr hauptsächlich wegen Scapegoat und den hier könnt ihr halt auch für den Backjack benutzen. Des Weiteren haben wir natürlich die ganzen Nightmares. Die benutzt ihr ab und an, nicht wirklich oft, hauptsächlich für Scapegoat, aber sie sind halt einfach drin, weil man den Platz hat und weil sie halt einfach gut sein können in gewissen Situationen. Des Weiteren haben wir noch einmal die Area, die Wasserverzauberin in Sanft. Die ist eigentlich einfach nur drin, weil sie ein Generic Link 2 Monster ist, was ab und zu ganz okay sein kann, um gewisse Link-Monster besser beschwören zu können. Grundsätzlich ist diese Karte ganz okay, falls euer Gegner einen Wassermonster im Friedhof habt, könnt ihr es halt von seinem Friedhof beschwören. Das bedeutet also, falls ihr beispielsweise gegen einen Gegner spielen solltet, der Needle-Fiber oder sonst irgendwas in der Art benutzt, könnt ihr das hiermit zurückholen. Allerdings könnt ihr diese Karte auch durch alles mögliche andere ersetzen. Ihr habt ehrlich gesagt ziemlich viel Platz im Extra-Deck und ich wusste nicht wirklich, was man da sonst noch reinpacken soll, denn in den meisten Fällen geht man nur auf Toad und eben auf Zeus und ansonsten auf nicht wirklich viel. Die letzten Monster, die wir spielen, sind einmal Avramax und einmal Borussword-Dragon-Freunde. Avramax ist einfach sowas von schwer loszuwerden, okay? Also Avramax ist einfach ein gutes Link-4-Monster und Borussword-Dragon ist einfach die Karte, mit der ihr die meisten Games beendet. In diesem Deck ist Borussword-Dragon tatsächlich durchaus besser als Axis Code Talker, denn ihr habt so viele Karten, die schießen können oder bouncen können oder banischen können oder sonst irgendwas. Das bedeutet, ihr braucht den Removal-Effekt von Axis Code Talker nicht wirklich und Borussword-Dragon plus Totally Awesome ist halt Game, weil das sind 8200 Schaden. Kommen wir schnell zum Side-Deck, Freunde. Da könnt ihr natürlich spielen, was auch immer ihr möchtet, aber ich dachte, ich könnte es halt einfach mal zeigen. Da haben wir zunächst mal dreimal Nibiru und zweimal Ghostbell and Haunted Mansion. Ihr könnt hier natürlich spielen, was ihr wollt, okay? Wenn ihr andere Handtraps spielen wollt, ist es vollkommen okay. Spielt, was auch immer ihr möchtet. Aber wichtig ist, dass ihr irgendwas Going Second habt, denn dieses Deck ist nicht so extrem stark Going Second. Ihr könnt hier beispielsweise auch Artefact Lancia oder sonst irgendwas spielen. Also wie gesagt, das ist komplett euch überlassen. Bei den Spells haben wir Cosmic Cyclone und Harpy's Featherduster einfach als Removal gegen andere Backrow-Decks, von denen es ja durchaus einige gibt, dieses Format. Ihr könnt auch sowas wie Heavy Stormduster spielen. Das ist halt eine Falle, die ihr euch mit Trap-Tricks suchen könnt und die zwei Zauber- oder Fallenkarten zerstört. Was allerdings Going Second nicht so gut ist, deswegen spiele ich lieber das hier. Und ja, Going Second ist dieses Deck eben nicht so stark. Going First gewinnt hier sowieso gegen das meiste. Ich meine, das Deck spielt 27 Fallen, was soll ich sagen, Bro? Bei den Fallen haben wir Dimensionsbarriere, eine dritte. Wie gesagt, ich spiele nur zwei im Main, weil es tatsächlich Match-Ups gibt, wo die Karte nicht so gut ist, deswegen die dritte im Side. Dann haben wir zweimal Waking the Dragon, denn so gut wie jeder Gegner wird das hier gegen euch sein und ihr müsst darauf vorbereitet sein. Das hier ist auch super mit Trap-Trick, das ist also relativ gut. Also falls der Gegner beispielsweise Featherduster oder Lightning Storm oder so ansagt, könnt ihr einfach Trap-Trick, Waking the Dragon suchen. Und dann haben wir noch dreimal Solemn Judgment, was gewissermaßen Pflicht ist, wenn man ein solches Deck spielt. Denn wie gesagt, die meisten Gegner werden sowas hier gegen euch siden und auch Sachen wie Even Dematched oder Red Reboot, die euch einfach komplett zerstören. Und deswegen müsst ihr Going First Solemn Judgment haben, um sowas nicht gehen zu können. So Freunde, das war es dann aber auch schon wieder mit dem Deck-Profile. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls dem so ist, dann aktiviert jetzt eure Geräte-Zauberkarte, den Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.